Hallo zu einem neuen Let's Test. Dead by Daylight heißt das Spiel. Für alle, die es nicht kennen, eine kurze Einleitung oder Einführung. Vier Überlebende kämpfen sozusagen gegen einen Killer. Die Überlebenden versuchen Generatoren, fünf Stück, wieder betriebsfähig zu machen. Und der Killer versucht sie eben davon abzuhalten und jagt die Überlebenden. Wenn er so einen Überlebenden erwischt, hängt er den anderen Haken. Ein Überlebende kann insgesamt dreimal von diesem Haken entfernt werden. Und falls alle fünf Generatoren betriebsfähig sind, kann man noch ganz am Schluss noch eine Türe öffnen. Das dauert nochmal ein bisschen. Und dann können Überlebende dort rausspazieren. Genau. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Schaut es euch einfach an und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß. Und ganz wichtig, falls ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Oh, direkt ein Generator von mir. Super. Ich weiß nicht, ich habe keine Dinge ausgewählt. Nein, das ist der Typ mit den Fallen, weil hier eine Falle liegt. Ja. Hier steht auch immer gleich, wenn es lädt, welcher Gegner eigentlich da ist. Richtig? Oh. Ja. Und mal lesen. Hab ich mich jetzt zu schrauben? Was steht unten? Er kommt natürlich zu mir. Cool, ganz klar. Ich habe die Skull-Op-Vorgabe reingehauen. Was steht unten? Ja, welche Kugel ist es da? Moment, Moment. Ich muss mich gerade konzentrieren. Echt? Ich, 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 ich wüsste auch nicht, dass das so ist. Ich habe Hälfte. Also wenn das Spiel lädt. Er ist bei mir, er geht wieder. Nice. Bleiben wir zusammen, oder? Wer auch immer da ist. Ja. Hier, von der Richtung komme ich, da habe ich keinen Generator gefunden. Seit dem Jahr dritt nicht. Also genau, wenn du das Spiel lädt, steht unten, welcher Gegner es ist. Da sind immer so Tipps. Ja, das hatten wir auch manchmal, aber das ist, glaube ich, nicht immer so. Und das war bei mir immer passend jetzt. Bei mir war gerade der Text für einen Fallenlegger. Ehrlich? Ich glaube, das ist random, oder? Oh. Oh, fuck. Jetzt. Ist immer noch bei dir. Ja. Ja, komm, ganz schnell. Go. Besten. Ohne Fehler. Ja. Ist immer noch bei dir. Ja. Denkst du, die geht gut ab, ey. Das ist ja mega. Traum. Aber wir haben vielleicht den nächsten, ey. Oh, fuck. Oh, ich gehe in den Keller runter. Das war ein Fehler. Ja. Er hat mich. Das war gerade richtig doof von mir. Aber das hast du gut gemacht. Gut abgelenkt. Ja, er bringt mich aber in den Keller runter jetzt. So. Auf zur nächsten. Wie sag mal wegen Fallen. Stell dir da welche, oder wie? Also bei mir sind jetzt keine Fallen. Wir müssten jetzt holen gehen eigentlich. Er, nee, er ist direkt... Okay, er macht jetzt eine Falle direkt vor mir. Okay, dann macht ihr den weißen Generator. Macht ihr Generator. Aber die sieht man eigentlich relativ gut. Die ist ganz unten an der Treppe. Zwei Meter von mir entfernt, wenn man auf die Treppe runter geht. Ich glaube, ich muss den Keller haben. Links, links, links. Aber er ist noch bei mir, er ist bei mir. Ich höre seinen Klopfen. Oh, der ist eh schon angefangen. Ach, der hat der Max wahrscheinlich angefangen. Wo ist jetzt die Falle? Wenn du jetzt die Treppe runter... Welche Treppe? Gibt es noch eine Treppe, oder? Also ganz unten, direkt vor mir eigentlich. Genau, pass auf. Genau. Ich fahre bei den Schuss. Wir haben gleich den nächsten Generator. Komm, komm, komm. Jetzt... Abfuck, dieser Fixer. Julia, das war fast fertig. Es geht jetzt an der Ecke, ne? Falle rein. Echt? Verpiste. Geil. Nein. Wir sind gerade voll das Dream-Team. Ja, mega. Ja, das Problem ist, dass er jetzt halt wieder hängt. Also er struggelt jetzt schon. Wir müssen ihm helfen. Es dreht am besten. Geh nochmal in deine Nähefalle rein, ist wohl schön. Wir wären noch ein Generator. Ja, okay, dann hast du es halt schwer zu sagen. Warte, warte, warte. Er geht wieder hoch. Nein, ich bin. Falle dich. Oder einer kann euch nicht feilen. Das läuft weg. Ist er bei euch in der Nähe, oder irgendwas? Ja, ja, vor dir. Hier läuft der Juli hinterher. Alter, ich bin in die nächste Falle gelaufen. Nicht dein Ernst, oder? Wo bringt er dich hin? In die andere Richtung. Ihr könnt ihn einfach reingehen. Ihr müsst jetzt nicht zu zweit rumlaufen, oder? Pass auf, pass auf, pass auf. Falle weg. Die Falle ist weg. Okay, okay, nice. Raus hier. So, komm, lauf. Er geht in eure Richtung. Lauft in die andere Richtung. Ich hole Julia dann. Kriegen bei dir irgendwelche Fallen, Hassi? Eh keine. Er ist bei mir. Achso, ich höre die Musik. Der wird wahrscheinlich gerade unten im Keller sein. Jo, er ist bei mir. Ich sehe ihn. Kann mich am besten gleich hier. Nee, komm mit. Jetzt trete um und geht in eure Richtung, glaube ich. Komm mit, komm mit, komm mit. Nicht durch die Büsche, weil da liegen Fallen wahrscheinlich. Woher konntest du dich selber heilen? Ich bin gerade noch dabei. Auch den nächsten Generator. Hier, steht. Ich komme da zu dir, komm. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier, hier, hier. Okay. So, mein Werkzeugkasten ist aufgebraucht. Was, hast du, der war da hinten, weißt du? Ja, ja, doch. Lass mal hier lang gehen. Kommt. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Vorsicht. Oh, nicht zu mir, Locki, doch nicht zu mir. Oh, danke schön. Und dann, suche du schon mal einen Generator, Hassi. Ey, was, du wirst, was bist du für ein Kraftfugel? wie oft hinkst du schon Skull zweimal gell er hat ihn verloren aber er hat ihn verloren kannst du dich heilen? ja ich lauf ganz schnell weg jetzt er sucht ihn er macht den generator kaputt und jetzt geht er weg bist du das da? wenn er blutet beim generator? dann heile ich dich wenn du das hier wirst beim generator ich mach den generator leider? ok das wirst du ja ok ich bin weg also wir sind direkt bei der tür wenn jetzt ein generator hinbekommen würdet dann wäre es perfekt er kommt wieder vielen dank ja ja ich habe es gesehen gibt es hier vielleicht auch noch einen generator? oh schicks läuft dann hinterher dann weil auf der anderen seite alle fertig sind wie gesagt der eine ist gleich vom ausgang dieser generator ist jemand von euch einen generator am machen? ne ich sehe ich sehe er läuft wieder in die andere Richtung du entschärfst die falle ja nicht schlecht ne ich supportiere die glaube ich wenn er es dann aufnimmt ach ne die ist kaputt ok er kann es gar nicht mehr aufnehmen mach den generator weiter ok war das der generator? ja ok wie viel prozent ist der? 50 ich wäre hier nämlich in der nähe von der tür ja ja es ist ja die tür aber hier sind zwei türen der generator läuft schon gibt es ja nicht wie oft kommt denn der noch? wir müssten einen generator suchen bei der sparen oh er hat mich geseng ich hing ich hing er hat mich geseng ja du musst laufen einfach da sind lauter paletten oder die sind holstiger ich schwimm keine paletten ja er machts kaputt kann ich den generator machen oder wie? nein das ist ne sackgasse was für ne scheiße da ist keine sackgasse laupt irgendwo lang ach so er hat mich verloren lol er war da irgendwo gell er hat mich erst in dem haus jetzt drin ich geh zum generator allerdings ja ich werd wieder zum generator gehen oh da bin ich weit weg gelaufen kommt zu oft zu diesem generator er weiß genau dass ich den fertig machen will kommt da wieder hin ne doch nicht doch und wo denn bitte? er ist beim generator genau ja ich sehs ich sehs er ist hier bei mir siehst du nicht? ja der macht gerade der macht die schrank der macht den schrank auf mach weiter mach weiter mach weiter komm mach weiter er wieder 75 ist soweit zurück gegangen ich helf dir wenn der kommt mach weiter mach weiter mach weiter ich helf dir jetzt oh fuck aber wir müssen wir können nicht die tür öffnen weil der wird direkt hierher gehen ja egal er ist gerade mit der julia schnell kannst du an die tür ok dann mach mäuschen komm in die richtung komm in die richtung ich nehm ihn dir ab einmal lauf einmal links jetzt einfach er ist da ich öffne den anderen ausgang ich höre mal ob wann bekommt das mit eigentlich dass die tür öffnet wird wenn es anfängt zu füten ja christian kannst du den ausgang weiter aufmachen ja wenn er weg ist wenn er weg ist ja wir müssen warten bis er die julia weg geschafft hat also mein ausgang wird offen er geht aber zum anderen ausgang er geht zum anderen ausgang er geht zum anderen ausgang er geht zum holen julia hol julia ok warte 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 er geht zu mir go go hol julia ja ich bin schon unterwegs ich geh mach sofort den ausgang auf ich heim mich selber ja aber der würde jetzt herkommen oder ja mach auf weiter auf 4% ist er schon offen er geht jetzt wieder zu euch ja versuch rauszulaufen durch seinen ausgang ach schade christian hast du ihn auf ne 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 der war drei viertel halte ich halte ich halte ich halte ich er geht zur tür er ist beim generator irgendwer müsste mich ganz schnell heilen sonst würde ich vor christian kannst du sie aufheben er kommt kannst du sie aufheben er kommt er ist hinter mir her komm ich geh schon ich geh schon ich bin schon unterwegs ich renne schon ich gehe schon ich gehe schon er geht wieder zurück er geht wieder zurück ja haut ab haut ab haut ab er kommt er kommt da gehen nein er steigt drüber er steigt drüber Nein, 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 nein. Noch zu dem Ausgang, Ars, zu irgendeinem Ausgang. Da, da. Bist du das, keine Paletten, keine Paletten. Mach ihn auf, mach ihn auf. Vielleicht schaffst du's. Ich bin tot. Ach, Mann. Dann können wir noch Christian retten, wenn wir uns halten. Ich hing aber noch nicht. Ja, sehr gut. Wir holen dich jetzt gleich. Ach, Mann, das kann doch nicht sein, dass ich diesen Scheiß auch für mich öffnen konnte. Der hat den so gut geschehen. Jetzt halt, Mäuschen. Okay. Sag mal, woher ist es? Das ist nur noch ein Ausgang. Also beide Ausgänge sind offen, ne? Komm zu mir. Er kommt zu dir, Hasi. Ja. Jetzt wird er mich campen. Ich komme. Komm mit. Er ist laufen, laufen, laufen. Ich fang den Schuss, ich fang den Schuss. Ich laufe weiter, laufe weiter, laufe weiter. Genau da. Ich fang den Schuss. Einfach schnell raus. Genau, schön weiter. Ich bin da, ich bin da. Ich laufe direkt durch, oder? Ja, ja, ja. Bist du hinter mir? Sehr schön. Ja, ich habe alle Schüsse geblockt. Jawoll. Sehr schön gemacht. Boah, richtig geil. Richtig schön. Richtig schöne Runde. Richtig schöne Runde. Boah, gar geil. Oh, gleich mir rauskütteln. Boah, das war das eine richtig schöne Runde. Na klar. Er ist sofort geguckt. Er hat nicht mehr Punkte bekommen. Was der... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020